und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mit einem set von dk und zwar die 702 5686 steine haben wir dabei das balloon house natürlich an den film oben angelehnt den habe ich damals als kind mit meiner familie zusammen im kino angeschaut und hatte auch als kind auf jeden fall meine freude daran und deshalb habe mir gedacht dieses set lege ich mir doch mal zu und ich habe es auf aliexpress gekauft da bekommt man es ohne originalverpackung für um die 15 euro was für 686 steine ja durchaus ein fairer preis ist und dann schauen wir uns natürlich hier zusammen die qualität des sets an wie gesagt eine originalverpackung ist deshalb nicht dabei also machen wir mal die tüte auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung hier haben wir auf jeden fall schon mal die nummerierten teile tüten und ein kleiner tipp noch für euch wie gesagt bei mir ohne originalverpackung weil damals konnte man das set aus china leider noch nicht mit originalverpackung bestellen ich habe aber gerade noch mal in aliexpress reingeschaut und da gibt es nun auch angebote bei denen man die box mit bestellen kann das kostet um die 2,50 euro mehr wenn euch also die box wichtig ist und ihr es aus china bestellen wollt dann könnt ihr das auf jeden fall mit box tun ich konnte das zu dem zeitpunkt leider noch nicht über die steine qualität reden wir natürlich dann wie immer während des baus neben den steine tüten kommt dann noch diese plate was natürlich als base plate genutzt wird und dann haben wir noch etwas was weder in der aliexpress anzeige noch auf der anleitung vermerkt ist deshalb bin ich auch etwas überrascht wir haben hier auch die figuren des opas und des jungen mit dabei aber der hersteller weiß schon warum das nicht von außen ersichtlich war und dann haben wir natürlich noch die anleitung dieses klammer gebunden wir haben eine ordentliche papier qualität es wird nichts ausgegraut was schon gebaut wurde sondern alles weiterhin in vollfarbe dargestellt wie es sicherlich auch schon an den tüten mit den zahlen drauf bemerkt habt haben wir hier bau abschnitte ich finde es sehr schön dass wir bei den bau abschnitten auch direkt sehen was gebaut wird und insgesamt haben wir bis zum fertigen haus 60 bauschritte das haus ist am ende des dritten bau abschnitts fertig und im vierten bau schnitt haben wir noch den kleinen hund und den kleinstorch als nebenbild auf der rückseite haben wir dann noch mal das set aus verschiedenen perspektiven und dieselben sprüche wie auf der vorderseite die gefallen mir auch ziemlich gut aber wir sind nicht für die englische lyrik eines chinesen da sondern wir sind natürlich für den bau da und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen es nach dem ersten bau abschnitt wieder 14 bauschritte haben wir geschafft und sind damit am ende von b a 1 wir haben natürlich noch nicht allzu viel gebaut und das das war dementsprechend auch sehr sehr schnell um aber gerade diese ansicht verrät schon ein paar sachen über die steinequalität denn punkt eins ist durch die fließen hat sich diese kleine platte schon relativ stark verzogen und das hat auch einen grund denn ich habe wirklich hier alles so gut wie es geht festgedrückt und trotzdem haben wir die wölbung drin und das liegt daran dass die fließen sich sehr sehr stark verbauen lassen das viel kraft nötig viel viel mehr kraft als beim dänischen hersteller auch mehr kraft als bei kurbi und es ist schon langsam die schwelle ab dem es unangenehm wird bei so einem kleinen set ist das noch alles kein problem wenn wir aber größer denken dann glaube ich dass das ein minuspunkt geworden wäre so haben sie natürlich auch eine hohe klemmkraft aber das verbauen könnte angenehmer sein dasselbe gilt auch für die zaunelemente die wir hier verbaut haben und da ist es natürlich schon schwieriger die gut festzudrücken weil seitlich bekommt man die kraft nicht um sie wirklich festzudrücken und wenn man oben auf die abgerundeten spitzen drückt dann tut das regelrecht weh und das macht dann weniger spaß dafür kann man aber vermelden dass das zumindest nicht die schlechtesten fliesen sind die ich hier je auf dem bautisch hatte sie sind auch angekratzt und wirken ein wenig abgegriffen grundproblem bei den meisten herstellern außer dem dänischen aber sie glänzen und sehen noch recht gut aus und ich denke dass man diese optischen fehler hier durchaus zu hause raus polieren kann was bei vielen anderen herstellern nicht möglich ist weil da die fliesen noch deutlich schlechter aussehen bauschritt 50 das haus steht die ballons fehlen noch es ist auf jeden fall ein kleiner kompakter und zumindest vom fundament und den wänden ein sehr sehr stabiler bau geworden das dach ist relativ fummelig zu bauen und die schwachstelle von dem set wenn es um die stabilität geht es fällt nicht direkt auseinander da braucht man sich keine sorgen machen aber man sollte schon aufpassen wo man hier an dem set herum drückt damit dann eben das dach keinen schaden nimmt das ist vor allen dingen schwierig weil diese zwei fundament steine hier und die spätere aufhängung damit es schwebt in anführungszeichen erst am ende gebaut werden wenn der rest von dem haus schon steht und dann wird es natürlich knifflig den winkel zu finden um dieses ganze konstrukt hier anzudrücken ohne dass dann irgendwo wieder der rest des hauses schaden nimmt das hätte man schöner lösen können meiner meinung nach denn zumindest dieses konstrukt wäre ja noch ebenerdig gewesen und wenn man dann am ende noch die aufnahme für die trends teile angedrückt hätte wäre das auf jeden fall einfacher geworden aber ihr seht ja mein haus hat das ganze überlebt und für den kleinen maßstab macht das optisch doch schon sehr sehr viel her auch das wichtigste für die oben szene fehlt natürlich noch und das sind die ballons die werden jetzt im dritten bauabschnitt dazu kommen da freue ich mich schon sehr drauf der dritte bauabschnitt ist vorüber und damit ist das haus an sich fertig es hängt jetzt auch da aber ich kann euch so viel sagen an sich ist das set leider schrott denn irgendein produktionsfehler muss in einer kette gewesen sein und beim aufspannen ist diese kette gerissen nachdem es so hing wie es jetzt auch da hängt also es war richtig installiert aber auf einmal ist die kette gerissen hat nachgegeben und das haus ist abgekippt deshalb hängt es jetzt auch leicht schief und ich muss die fehlerhafte kette noch austauschen und mal schauen wo ich die nachbestellen kann deshalb muss ich jetzt auch sehr sehr vorsichtig sein wenn ich das ganze hier drehe um euch das zu zeigen aber das haus kennt ihr ja sowieso schon es hängt eben jetzt leicht schief weil eigentlich hier noch ein gegendruck sein sollte und dazu gekommen sind eben nur noch die ballons hier oben ich mag eigentlich diese schwebenden sachen sehr sehr gerne die mit den transclear ketten gebaut werden das war ja auch zum beispiel bei dem flugzeug so von woma aber dort haben die ketten gehalten im gegensatz zu hier und das ist natürlich irgendwo ein großer minuspunkt weil hier auch keine wechselkette dabei ist denn wir haben hier alle transclear teile außer die liftarme nochmals ersatz aber die ketten leider nicht und das ist in dem fall dann leider ein großer minuspunkt sonst hatte ich eigentlich weiterhin sehr viel spaß denn dieses ballons bauen oben war mal richtig was zum abschalten kinderleicht wirklich ein bauspaß ohne groß nachzudenken aber jetzt baue ich natürlich noch die figuren zusammen und den vogel der mit dabei ist und dann gibt es noch mein endfazit und da haben wir das ganze set auch schon vollständig wir haben natürlich einmal den opa karl frederickson den jungen russell und duck als hund ich hatte ja nicht mit den minifiguren gerechnet weil die nirgendwo angepreist wurden und ich bin ehrlich ich hätte sie auch nicht gebraucht denn ich hätte weder karl frederickson noch russell erkannt anhand der minifiguren duck als hund ist ganz in ordnung aber die figuren sind auch bei der bedruckung nur auf der brust bedruckt die gestaltung der brust ist zwar ordentlich aber wie gesagt ich hätte darauf verzichten können zumal diese auch durch den dänischen designschutz zu einem problem werden könnten und dann haben wir noch kevin den besonderen vogel den ich im intro fälschlicherweise storch genannt habe keine ahnung das ist irgendwie bei mir so in dem kopf gewesen dass das ein storch gewesen wäre natürlich auf eine comic art aber es ist ein besonderer vogel von dem wohl keiner so richtig weiß dass er existiert und was für eine art er zugehörig ist ja als kleines nebenbauwerk ist das doch völlig in ordnung und insgesamt hatte ich auch spaß mit dem set zumindest die gesamte konstruktion hat mir gefallen und auch die steinequalität ist in ordnung auch wenn sich die steine relativ fest verbauen lassen aber die steine sehen wertig aus und das hätte von mir für 14 euro auf jeden fall eine kaufempfehlung bekommen ich meine wir haben für 14 euro das nebenbauwerk in form von kevin die zwei minifiguren und dark als den hund und natürlich das haus an sich was auch für den maßstab sehr sehr gut getroffen ist es gibt zwar kleine kritikpunkte wie dass mir die trans clear teile nicht clear genug sind die sind sehr milchig das ist aber gerade bei den lift armen schwer zu verhindern und hätte bei dem preis nicht sonderlich gestört was aber natürlich stört ist wenn ein teil kaputt ist wie in diesem fall die kette und nicht das gewicht des hauses halten konnte und man sieht ja an den anderen ketten dass das eigentlich hätte funktionieren müssen und das macht es für mich sehr schwer hier eine einschätzung zu bringen denn wie gesagt unter anderen umständen wäre das für den preis auf jeden fall eine kaufempfehlung da ich aber nicht garantieren kann dass das bei mir jetzt ein einzelfall war und ich nicht weiß ob das bei euch genauso passieren würde würde ich dafür lieber keine kaufempfehlung geben weil ich nicht möchte dass ihr dann das bei euch habt und vielleicht noch mehr ketten kaputt sind und ihr am ende mit dem set mehr ärger als spaß habt besonders mit dem hintergedanke dass das ganze aus china importiert ist und man hier keinen wirklichen ansprechpartner hat wer aber das risiko eingehen möchte der hat damit sicherlich spaß wenn es nur ein produktionsfehler war der jetzt hier ein einzelfall war alle anderen sind hiermit zumindest vorgewarnt im großen und ganzen ist es aber wirklich ein sehr sehr gutes set bis auf das problem was sich hier aufgetan hat und ich hatte auch mit dem problem auf jeden fall spaß das ganze zu bauen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt schreibt gerne eure meinung dazu in die kommentare und vor allen dingen eure erfahrungen mit den trans clear ketten ob diese auch gerissen sind oder ob die bei euch besser gehalten haben und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick HHH wir sodass die